Als nächstes begrüßen wir das technische Rettungsteam der Freiwilligen Feuerwehr BiberSchlag. BiberSchlag liegt im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich. Das Team setzt sich zusammen aus Kommandant Martin Wurm, Medik Thomas Schwarzinger, Werkzeugtrupp Jürgen Atzmüller und Manuel Ortner, Sicherungstrupp Harald Durninger und Walter Höller. Wir wünschen dem Team BiberSchlag alles Gute und gutes Gelenken. Wer nach dem Tod ein Engel werden, Den Blick generell fragst du dann, Warum man sie nicht sehen kann. Applaus für das Team aus BiberSchlag. Bleiben wir so ein bisschen an. Los, 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 bischen. Starts durch. Applaus für das Team aus BiberSchlag. Warum soll ich noch mal nicht aufkommen? Hallo, hörst du dich? Hallo? Was hast du da gehört? Wie geht's dir, ne? Nicht so gut. Wir sind von der Feuerwehr, BiberSchlag. Die Kamera jetzt alleine zu ziehen, fahre ich wieder raus. Pass mich dazu. Willst du was wem gucken? Kommst du neben mir? Bleibst du eben in den Gruppen, so wie ich gucke euch schon zu mir gerade aus? Ich hätte leider recht, so weit ist es mir einig. Der Sanitäter betreut bereits den Patienten nach einer ausführlichen Teambesprechung. Dies Vorgängern wird jetzt gestartet mit dem Sicherungsarbeit. Applaus 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 und im gesamten 100 Kilometer Gemeindestraßen. Die Feuerwehr besitzt ein RNF, ein KRF und ein K.I.O. Sie fahren ca. 60 Einsätze im Jahr. Der Biber-Schlag liegt in der Marktgemeinde Vorderweißenburg. Die Flächen sind 63 Quadratkilometer. Sie haben ca. 3.000 Einwohner. Die Hälfte der Zeit ist vorüber, die ist schon offen, sollte sich ausgehen für die Bursche. Die Flächen sind 40 Prozent und es ist die Hälfte der Hauptbahn. Die Flächen sind 8.000 Einwohner. Die Flächen sind 40 Prozent. Die Flächen sind 40 Prozent, die Flächen sind 11 Prozent. Die Flächen sind 40 Prozent. Woher lägenst du? Ich bringe Abfahrt. Komm, komm, bitte. So, backst du ab, Vorsicht! Unser Filmteam vom ServusTV ist auch wieder live dabei. Danke, Burschen, dass ihr da seid. Durch euch bringen wir super Bügel auf die Leinwand, die wir bisher bei den DL-Tagen noch nie so gehabt haben. Jetzt, Vorsicht? Ja, jetzt. Jetzt, Vorsicht? Ja, jetzt geht's doch leichter. 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 Machen wir uns hier nicht heute innen? Machen wir uns hier nicht heute innen. Rübig, rübig. Und schneidt euch nicht drin jetzt einiges ab. Überraschung. Thiba, vai elf, voi lasse vetse otse. J��rasse haaren. Vovicis feina? Naaふ? Die Heide変ほenzen. Ah. Gute if i me. Das ist die Hügel. Der Zabinger Verletzung. 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 Vielen Dank. 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 Danke schön. Patient befreien. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.